Ja, 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 alles safe, so, wo ist denn der, ja, bin der gleich, gleich unter mir, so, wie war das, anfällig gegen Schleichtod, ja, das ist doch, ha, 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 so, einen wunderschönen Lutz-Call-Mannschaft, wir sind wieder zurück in Mordor, und weg mit dir, nix da, äh, wie geht es, ah, das, dass wir wieder reinkommen, äh, ah, und wir haben hier vorm ein bisschen Stress wieder, oh, au, Stress zu machen, aber nicht hier, ich wollte eigentlich woanders hin, ja, ja, ich, ich bin ja schon weg, So, wenn ich wüsste, wo der ist, den ich rauslocken muss, ist es eine von denen hier? Nee, 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 ja, da ist er, ah, ja, er ist todkrank, okay, also muss ich ihn mit Gift töten, kein Problem, äh, was hat er noch, unbeholfen, zittern, ah, ja, er leidet Schaden durch Hinrichtung, er leidet Schaden durch Feuer, und er leidet Schaden durch Fernkampf, ist machbar, Nee, ihr müsst hier kein Feuer entzünden, so, wo ich eigentlich hinwollte, ist, äh, hier hin, und den, äh, machen wir dann gleich, aber zuerst mal hier, spinni, spinn, spinn, Ach Mist, den hätte ich ja auch, äh, so machen können, den hätte ich wieder ein, oh, Tag, ist mir schön hier alle, au, Schon erstmal alle für mich, Dingsen, so, spinni, spinn, spinn ist hier, Die alten Götter verließen uns, aus der Musik der Welt wurde Missklamm, und er sah es als seine Mission, dies zu korrigieren, ein dunkler Herrscher, der die Fehler eines anderen behebt, die Zukunft ist voll von ihnen, Jeder entschlossen, die Welt vor sich selbst zu retten, das Chaos zu beseitigen, alles zu beherrschen, Okay, So, mal gucken, wie müssen wir das, Äh, Jo? Nee, Von unten betrachtet? Von hinten? Ah, hier seh ich, nee, Die Splitter passen nicht, äh, so? Kann das Vieh mir mal einen Tipp geben, wo ich hin, ich muss? Nur von oben? Äh, Ja, Das mit meiner, äh, Oh, ich glaub, hier ist es richtig, Ja! Nach Morgoth kam Sauron, Und nach Sauron, Nach Sauron wird Frieden herrschen, So sieht's aus, So, wir haben auf jeden Fall noch eine Quest hier, und zwar, äh, Die Viecher mit Feuer töten, Oder tötebrennende Orks, Äh, Das kannst du eigentlich sowas von knicken, Oh, Habe ich da gerade nicht, Oh, Jetzt leidest du! Ups! Was, äh, Was auch immer gerade passiert ist, Ups, Upsi, Upsi, Äh, Wie nehm ich denn den hier? Weil die beiden sind eh bald, äh, Tot, Nicht, dass ich dann den falschen, äh, Mir anschaue, Ja, die Typen, Die Typen sind eigentlich total alles scheiße, Also, Wenn ich einen, äh, In meine Mannschaft aufnehme, Dann soll das schon geil sein, Also, Richtig cool aussehen, Ich nehme nur coole Leute, So, Den nehme ich, Dich, Ey, Dich nehme ich, So, Dann habe ich ja, Uh, Hier ist einer, Der brennt, Stopp, Ich muss dich töten, Mist, Na, Okay, Dann nicht, So, Wir wollten aber eh, Äh, Da hinten hin, Und zwar den Typen hier rauslocken, Nix da, Okay, Leuchtfeuer ist doch entfacht worden, Egal, Ich habe ja hier zum Glück ein paar Viecher mitgenommen, Und hoch, Tag, Online-Blutrache ist verfügbar, Darum kümmere ich mich, Wer nervt denn, Der da oben, Na, Ist egal, So, Starten wir mal, So, Wie muss ich, Um den, Okay, Wie, Wie muss ich denn, Ihn herauslocken, Mal sehen, Wie schnell und leise, Du dich ganz allein wieder findest, Im Schleichen getötete Feinde, Und, Was war noch, Öh, Luftschleichtötung, Was ist denn bitte schon eine Luftschleichtötung, Äh, Gehst du mal weg, Ich kann nix, Kann ich den nicht töten, Ist er, Ist er meiner, Oh man, Weil der Typ, Weil der Typ zu mir gehört, Kann ich, Keine Luftschleicht, Was ist denn, Luftschleichtötung, Echt, Luftschleichtötung, Vielleicht in der Luft, Moment, Wir testen mal was, Äh, Äh, Ups, Okay, Dann versuchen wir es mal damit, Luftschleichtötung, Ist du eine Luftschleichtötung, Ja, Weiß aber, Was ist denn, Von einer von einer Minute, Ja, Ne, Ist klar, Drei, Nö, Hier ist keiner, Einer fehlt noch, Wo sind der, Jetzt, Ich fasse es nicht, Nö, Jetzt hänge ich mich da, Wie so ein Beklopter, Ja, 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 Alle safe, So, Wo ist denn der, Ja, Gleich, Gleich unter mir, So, Wie war das, Anfällig gegen Schleichtot, Ja, Das ist doch, Ha, 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 Nö, Der falsche, Mach ihn, Oh, Kacke, Wie es ist, Zu sterben und wieder aufzuerstehen, Nekromanten haben mich die letzten tausend Jahre nicht ruhen lassen, Komm, Junge, Ich zeige dir, Was sterben wirklich bedeutet, Na toll, Wie war das, Hinrichtung geht nicht bei ihnen, Oder, Hier sind eindeutig zu viele von den anderen hier, Wo ist denn der, Da, Ich brauch dich, Hat er jetzt, Echt sich wieder regeneriert, Uh, Er brennt, He, 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 So, Das nur hier ein bisschen plattschaffen, Regeneriert der sich? Der regeneriert sich nicht, Oder? Ich glaub, Der regeneriert sich wirklich, Oder? Wie er sich einfach mal jedes Mal regeneriert, Als ob, Jetzt, Ich muss hier echt, Nö. Ja, den mach ich jetzt auch tot. Der hat sich schon wieder hochgeladen. Ich hasse es nicht. Dann hol ich mir hier ein paar Leute, die mitmachen. Okay, den kann ich nicht. Äh, was macht denn der? Jetzt aber. Du regenerierst dich nicht nochmal. So. Und weg mit dir. Geh doch. Geh reinigt. Geh, 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 geh. Puh. Ich würde sagen, das Ding ist schon mal fertig. Zack, weg hier. B. Neue Rüstung bekommen. Kann die was? Nicht wirklich. Unsere, äh, Blutrache-Rüstung ist auf jeden Fall besser. Äh, drei. Weg damit. Brauchen wir nicht. Und weg damit. Jo, wo können wir denn jetzt hin? Äh, auf jeden Fall nach Süden. Wohl, hier ist noch ein. Hä? Hatte ich den nicht schon geholt? Okay. Auf jeden Fall nach Süden müssen wir auch unbedingt. Da ist, äh, ein paar Sachen. Die können wir jetzt hier auch gleich reinigen, wenn wir schon mal hier sind. Äh, so. Erstmal ab nach Süden. Ab in den Süden. Oh, ist ganz schön. Kann ich mir nicht ein Viech rufen? Viech? Ah. Kann ich nicht? Hä? Ich will. Kann ich nicht? Was? Bleib doch stehen. So. So. Ich bin nur auf der Durchreise. Oh, da geht's nicht lang. Ja, nee, ist klar. Äh, da lang. Hallo? Kann ich keinen? Geht nur mit absteigen. Okay. Ah, jetzt frisst er ihn. Geht doch. Mein kleines Viech braucht ja ein bisschen, äh, Proviant. Wenn wir unterwegs sind, ne? Da oben ist es, okay. Würde ich mal sagen, steigen wir mal ab. Ups. Wollte ich nicht. Es gibt keinen besseren Gruß als Feuer. Feuer, 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 Feuer. Ha, ha, ha. Äh, okay. Das ist bestimmt eine nette Arme. Komm, Aram. Von mir auf. Von mir auf. Von mir auf. Zu jedem Ork in Mordor töten. Es ist mir gleich. Wir befinden uns schließlich im Krieg. Doch das war mein Blutsbruder. Sein Tod wird gerecht werden. Ja, tut mir ja leid, aber... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Mädels Bücherregale sind nicht vergleichbar mit den großen Bibliotheken von Minas Tirith, aber dennoch sind sie die größte Wissenssammlung weit und breit. Als Mädchen faszinierte mich die hier vereinte Weisheit von Geschichten über Gedichte bis hin zu Kochbüchern aus vergangenen Tagen. Dieses hier, Geschichten aus dem fernsten Umba, war eines meiner Lieblingsbücher. Erzählungen von verwegenen Piraten aus alten Zeiten. Echte Corsaren sind sicher weniger edelmütig als die Geschichten sie darstellen, aber sicher weniger grausam als Orks. Und so sieht's aus. Und da wir hier gerade richtig im Stress sind, aber richtig, richtig im Stress, würde ich mal sagen, bench mal hier schnell die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn der Stress weitergeht. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf den Tisch kloppen, ne? Bis zum nächsten Mal.